Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, wir verherrlichen dich und sagen dir Dank für diese Exerzitien und für alle Großzügigkeit und Hilfe, die wir immer im Herzen tragen dürfen, weil der Vater ist der Geber aller guten Gaben und er gibt einfach in einer großen Freude uns allen die Geschenke, die wir brauchen, aber er liebt es, wenn wir auch den Hilfsbedürftigen immer das zuwenden, was sie zum Leben brauchen. Was du eines der geringsten Brüder und Schwestern getan hast, hast du mir getan. Das ist sehr schön, so gibt er auch uns und kommt zu uns und wird Mensch. Wir sehen es schon an diesem Bild, dieses Bild ist wieder im Grunde bei den Orthodoxen entstanden, weil sie das eigentlich noch direkt aus der Heiligen Schrift so zeichnen, weil im Griechischen heißt es der einzig Geborene, der nicht am Herzen des Vaters ruht, sondern im Schoß des Vaters ruht. Das ist die Theologie des Mutterschoßes. Deswegen tragen auch die Frauen die Kinder im Schoß. Wenn ihr euch mal gefragt habt, warum tragt er die Kinder im Schoß? Weil der Vater sie von Ewigkeit im Schoß getragen hat, auch seinen eingeborenen Sohn. Somit ist auch die Frau eine Repräsentant oder Repräsentantin des Vaters im Himmel. Er hat sie auch schon so gemacht, die Frau, dass sie sehr personal, intuitiv und sehr auf der Gefühlsebene auf das Personale des Kindes hingeordnet ist. Das sagen viele, viele Studien auf der ganzen Welt, wenn man Männer und Frauen einfach untersucht und die Frau ist in ihrem Wesen ganz anders wie der Mann. Total anders, aber eben hingeordnet auf das Kind. Und diese Liebe ist auch in Gott, vom Vater zu allen Kindern, die er in sich trägt. Auch zu seinem geliebten Sohn, den er im Schoß trägt. Deswegen diese Bilder, deswegen musste auch der Sohn Gottes vom Kreuz herabgenommen werden, in den Schoß Mariens gelegt werden. Das war das Opfer und das hat sie dargebracht auf ihrem Mutterschoß oder auf ihrem unbefleckten Herzen, dem Vater dargebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Auch, dass der Sohn Gottes im Schoße Mensch wurde. Weil genau in diesem Mutterschoß so viel Entscheidendes geschieht und eigentlich der Ort, der behütetste Ort sein soll, aber es nicht mehr ist, sondern der gefährlichste Ort, weil seit 1965 fast an die zwei Milliarden Kinder abgetrieben wurden weltweit, das muss man sich vorstellen. Im Mutterschoß. Jetzt schon die ersten drei Monate dieses Jahres an die sieben Millionen Kinder im Mutterschoß abgetrieben. Wenn du die Zahlen mal gegen Corona, was da ist, mal nur hinstellst, da wird es dir übel. Und da machen wir Sicherheitsmaßnahmen für Corona bis zum Abwinken und für die Abtreibung nichts. Im Gegenteil. Was ist das für eine Lüge, versteht ihr? Da zerreißt es mir alles. Da haben wir Sicherheitsvorkommnisse bis zum geht nicht mehr, die manche auch gar nicht mehr richtig verstehen. Da musst du schon ganz gut wegschauen, dass du das alles verstehst, was da dann ist von den Maßnahmen, wenn es einfach logisch zugehen sollte. Aber ich habe nichts gegen diese Maßnahmen, versteht ihr? Aber ich will noch tiefere Maßnahmen haben. Erstens gegen die Sünde und dann gegen dieses Verbrechen im Mutterschoß. Diesen Genozid. Und noch in vielerlei Hinsicht in allen anderen Bereichen, wo genauso viele Leute auch umkommen, dass man mal vorgeht und diese Dinge auch abstellt. Und nicht nur alle Maßnahmen jetzt auf ein Virus im Grunde ausrichtet, wo so viele Viruse umher sind, die wir gar nicht mehr bekämpfen. Die werden noch gefördert. Meine Lieben, die Mainstream-Medien, wenn es kommt ein Land von der Regierung, das sich outet, dass sie gegen die Abtreibung sind, dann stehen alle Völker auf. Die Politiker stehen auf. Ich würde mal sagen, die Freimaurer in den ganzen Regierungen stehen auf und bombardieren diesen einen Staat, der nicht für die Abtreibung ist. Und so lang werden sie beschossen, bis sie irgendwie einknicken. Selbst so passiert in Portugal, als diese Abtreibung freigegeben wurde, gab es ein Erdbeben, genau dann, an dem Tag. Versteht ihr, ich versuche nur einmal ein bisschen offen auch zu denken und mal auch irgendwie weiter zu denken, was da ist. Also diese Maßnahmen wären ja gut, auf anderen Gebieten genauso, versteht ihr? Wären sie nicht gut, wenn wir so unser Leben schon schützen, mit allen möglichen Maßnahmen und es so weit gegangen ist, dass sogar die ganzen Familien zerstritten wurden. Wie viel zäher müssten wir die Opfer auf uns nehmen, meine Lieben, wenn ich das als Bild nehme von Corona, was da durchgezogen wurde, wo eigentlich jetzt der Virus, sage ich jetzt mal so, nicht gefährlicher ist, also von der Mortalität, von einer mittelschwere, bis schweren Grippe. So tun es die ganz großen Virologen einstufen. Die besten Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Und hier haben wir eine Mortalität von sieben Millionen in drei Monaten. Was müsste da aufgeboten werden, dass dieses Morden mal aufhört? Und in dem Bereich tun wir alles. Das passt irgendwo nicht mehr zusammen, das sagen viele. Versteht ihr? Da müssen wir wieder auf den Boden kommen und mal sehen, ja was ist jetzt wirklich, also und wir wissen sogar, aus dieser Zeit, zum Beispiel Italien, alle anderen Operationen wurden eingedämmt wegen Corona, dass die Plätze freigegeben wurden und frei bleiben, wenn irgendwelche Corona-Fälle reinkommen. Nur eines nicht. Die Abtreibungen sind voll durchgelaufen. Versteht ihr? Ich will es nur mal so ein bisschen so mal anreißen. Hier stimmt etwas nicht. Braucht man das jetzt? Oder ist das eine, manchmal denke ich mir, wenn ich das mit den heiligen Messen gegenüberstelle, die Abtreibungen, die so im Jahr geschehen, gegen die heilige Messe, die gefeiert werden, könnte man fast sagen, das sind die Opfer des Satans, die er bringt. Diese Blutopfer, diese Menschenopfer, die er bringt, wo er die ganze Kirche kaputt machen will. Das sind wirklich Opfer. Fast niemand redet darüber, aber doch sind es Blutopfer. Mehr oder weniger fast wie eine heilige Messe für den Satan. Wo er jede Kirche, wenn das in der Politik durchgeht, die Abtreibung, bekommt er die Kirche kaputt gemacht im Land. Weil es so viel Blutschuld ist, dass wir nicht mehr dagegen ankommen und die Kirche trocknet immer mehr aus und die ganzen Kirchen werden leer. Das ist wirklich eins zu eins ins Verhältnis zu setzen. Deswegen stehen sie auf. Ich habe mir oft gedacht, warum stehen die so auf? Wenn ein Land diese Abtreibung nicht will, dann stehen auf einmal alle Völker auf und bombardieren diese zusammen. Fast wie das Satan aufsteht und sagt, das nicht. Dann haben wir ein Land nicht. Dann geht die ganze Kirche kaputt, weil eine Blutschuld auf dem ganzen Land liegt. Das ist allein in Deutschland eine Stadt mit 100.000 Menschen, wo ein Jahr abgetrieben werden. Also ich will es nochmal in Relation setzen, dass wir auch in all dem auf den Boden kommen und auch dieses nicht aus den Augen verlieren. Das ist mehr wie ein Krieg, versteht ihr? In jedem Land ein Krieg. Jetzt ist eine Solidarität, dass dieser Krieg abgestellt wird. Wo ist die Solidarität von allen Menschen, von allen Menschen in den einzelnen Völkern gegen diesen Genozid, gegen diesen Mord da? Der die ganze Kirche kaputt macht. In den Ländern austrocknet, weil die Blutschuld so riesig ist. Das Schlimmste ist, wenn sie mit dem, auch uns Priester, angreifen, denn jede Abtreibung jubelt die Hölle. Und so und so viele Dämonen dürfen heraus aus der Hölle und die Menschen befallen, weil ein Menschenkind ermordet wird und Gott dadurch getroffen wird, in furchtbarer Weise, weil er einen guten Plan für dieses Kind hat und doch wird es abgetrieben. Aber versteht ihr jetzt nicht nur die Abtreibung, sondern wir müssen viel, viel früher ansetzen, weil durch die ganze Pornografie und Versexualisierung und Gender-Ideologie, wo auch der Papst sagt, das ist vom Teufel, müssen wir angehen, dass das weg ist und dass das gesäubert wird. Dadurch entsteht ja diese ganze sexuelle Aktivität auch von den Jungen schon ab 12, 13, 14 Jahren. Und da wird die Pille schon reingeworfen und dann ist alles möglich. Dann noch die Kinder, die abgehen, das sind die Abtreibungen, die Kinder, die abgehen durch Pille und Spirale etwa alle drei Monate, geht ein befruchtetes Kind weg, wo im Grunde Frühabtreibung ist. Dann könnt ihr noch mal mehr die Zahl nach oben schrauben und seht, was hier abgeht. Da spricht niemand davon. Eigentlich müssten wir da Sicherheitsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen und alles Mögliche anstreben auf der ganzen Welt, in allen Völkern, dass das nicht mehr geschieht. Und zwar von der Kirche von oben, sie einfordern, dass dieses Morden aufhört. Wie sehr würde die Kirche in einer Blüte, in einer neuen Blüte erblühen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich will es auch mal so, jetzt einfach so sagen, weil man ja beobachtet hat, wie sehr die Menschen unterwegs waren, ihr äußeres Leben zu schützen. Wie sehr müssten wir das ungeborene Leben schützen und das natürlich absterbende Leben in Würde auch gehen lassen und nicht eine Euthanasie machen. Wie sehr müssten wir da aufpassen, dass wir den Mutterschoß schützen. Es ist eine Theologie des Mutterschoßes. Dort hat alles begonnen im Mutterschoß, im Rachamim, im Rechem, wie man es im Hebräischen ausspricht, wo alle Kinder im Schoße des Vaters sind, auch der Eingeborene im Schoße des Vaters ist. Und dort, im Mutterschoß, spielt sich so viel ab. Geschieht das Entscheidende. Dort ist auch der Sohn Gottes hineingekommen in den Mutterschoß und ist Mensch geworden. In der Fülle der Zeit, wie wir dann weitergehen auch im Galater 4, 4, 7. Der Vater hat in der Fülle der Zeit dann den Sohn Gottes gesandt und hat einen Mutterschoß so schön gemacht, voll der Heiligkeit. Die Väter sagen, sie ist die Heiligkeit der Heiligkeit. Maria ist die Heiligkeit der Heiligkeit. Also ein Superlativ wird da ausgesprochen, das so gewaltig ist und so schön ist, wie schön, dass Gott sie gemacht hat. In der Umdrehung auch zur Eva rehabilitiert er die Frau wieder. Er denkt an die neue Frau, obwohl die erste Frau gesündigt hat mit Adam, denkt er an die neue Frau und die Leidenschaft Gottes sagt sogar noch mehr. Der König Ahas sagt, wie könnte ich ein Zeichen von Gott erbitten? Ich will nichts erbitten, dann ist er noch erbost. Und Gott sagt, ich gebe euch ein Zeichen aus mir selbst. Und was ist für ein Zeichen, eine Sehnsucht in Gott? Gott, siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären. Sie wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Und hier ist ganz klar, das steht auch an der Kirche in Nazareth, genau diese Stelle von Jesaja und die andere Stelle. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Sie wird dir den Kopf zertreten und du wirst sie an der Ferse treffen. Genesis 3,15 und Jesaja. Und das ist das Zeichen, dass Gott gegen alle Sünde richtet. Dass jetzt der Sohn Gottes genau in diesen Mutterschoß kommt, wo so viel passiert. Wo so eine Tragik abgeht, wo auch die ganze Sexualität immer wieder dazu spielt, wo dann Menschen in diese Misere kommen, auch das eigene, was jetzt im Mutterschoß heranwächst, zu töten. Sex wollen sie, aber die Frucht wollen sie nicht mehr. Aber genau das ist so wichtig, dass man dieses Ja vorher spricht, dass dann die Frucht im Mutterschoß in Liebe aufwachsen kann und sie nicht verletzt wird. Wir sehen das in tiefster Weise in den Seelsorgen, dieser feine Bereich und dieser empfindsame Bereich und dieser Bereich, wo so verwundet werden kann, im Mutterschoß. Und dort kommt der Sohn Gottes hin und sühnt auch all die Sünden, weil er der Fürst des Lebens ist, wo dort Tod im Mutterschoß geschieht. Und zwar durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das sind jetzt wirklich an die zwei Milliarden Kinder, die abgetrieben werden. Wie sehr musste dort der Fürst des Lebens in diese Mutterschoß hineinkommen? Und er hat alles wieder gesühnt. Und wir beten auch oft in den Heilungsgebeten, dass der Mutterschoß, wo dieses viele geschieht, durch Verhütungsmittel, durch Pille danach, durch Abtreibungen, dass nur der Mutterschoß Mariens diese Zeit und der Fürst des Lebens, der in Mutterschoß Mariens ist, das heilen kann. Dass wir die Mutterschöße der ganzen Welt, die oftmals so belastet sind, das sagt auch der Pater Anthony, der Pfarrer Anthony aus Illerberg, es gibt eigentlich fast keine, fast keine Schwangerschaften mehr oder Kinder, die auf die Welt kommen, die nicht irgendwie durch den Mutterschoß belastet sind und schwerst belastet sind. Sagt er auch, der kennt sich schon aus. Und wir haben genau die gleiche Erfahrung gemacht, aber das Schöne ist, meine Lieben, dass der Vater das heilen will und er einen größeren Plan hat, obwohl das so eine gewaltige Schuld ist. So eine gewaltige Blutschuld, die auf den ganzen Ländern lastet. und das ist der Zug der Teufel, der Zug und die Machenschaften, die Machenschaft des Teufels, dass er genau so vorgeht, um alles kaputt zu machen. Weil er ist der Menschenmörder von Anbeginn. Er mordet sie in den Kriegen, aber er mordet auch das Leben im Mutterschoß, in einem Krieg gegen das Leben. Das müssen wir wieder ganz klar erkennen, das wird einfach so weggestrichen und dann verstehen wir die tiefen Zusammenhänge, auf was es wirklich ankommt. Und wie wir wieder aus der Misere herauskommen, weil wenn diese Sünde noch so groß ist, ich habe gestern Abend gebetet, manchmal denkst du, Gott, vergibst du das alles noch? Was da geschehen ist? Die ganzen Kriege, stelle ich mir vor schon, wir Deutschen im Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg und die ganzen Kriege, der Dreißigjährige Krieg und die vielen Kriege in der Vergangenheit, die immer wieder geführt wurden, die ganzen Genozide, die geschehen sind. Das ist ja gewaltig, was ist da für eine Schuld, für eine Blutschuld, für ein Morden und ein Zusammenmetzeln und Kaputtmachen. Wie zerstört sich im Grunde die Menschheit durch diese Machenschaft, dieses Satans, der nur ein Menschenmörder von Anbeginn ist? Er kommt eben nur zu schlachten, zu stehlen, zu verderben und zu töten. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Deswegen haben wir die Botschaft an die ganze Welt, die jetzt versinkt und der Satan immer durch diese Sünde, wenn er es in allen Ländern diese Abtreibung und all das Morden und das Kriegstreiben vorantreibt, weil er lebt nur von diesen Morden. Wir Menschen geben durch die Sünde ihm die Macht. Das merken wir in den ganzen Diensten, die wir haben. Manchmal ist es so, versteht ihr, ich habe auch schon einen Fall gehabt, dann ist auf der anderen Seite eine Frau gesessen, haben wir so geredet und vor allem spricht der Böse raus. Ich gehe nicht weg, ich gehe nicht weg und ich sage, sagt er dann, ja halt einmal, warum gehst du nicht weg? Sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe ein Recht. Dann fragte ich, warum hast du ein Recht? Sagt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die haben gesündigt und deswegen bleibe ich da. Deswegen bleibe ich da. Die haben gesündigt und zwar auch in der Vorfahrenschaft gesündigt und deswegen habe ich das Recht, da zu bleiben. Das ist immer das Prinzip, der bleibt da, wenn wir die Sünde nicht zu Jesus bringen, das Lamm, das für alle Sünden gestorben ist, auch diese furchtbare Blutschuld der ganzen Menschheit in dieser Abtreibung durch die ganzen Kriege, durch die ganze Verelendung und Zerstörung innerhalb der Familien und, 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 was da alles gelaufen ist. Wir sehen die Auswirkungen der Gender-Ideologie, der totalen Versexualisierung und, und, und. Es muss ein Gegenpol dagegen gesetzt werden, damit wir wieder herauskommen und nicht alle zugrunde gehen, damit ein neuer Frühling, und er ist angekündigt, meine Lieben, er ist angekündigt, ich sage das nicht, um noch die Menschen runterzudrücken, nein, wir müssen alles toppen, durch die Barmherzigkeit, Gott ist stärker und seine Barmherzigkeit ist größer und er will der ganzen Menschheit wieder und allen Völkern einen neuen Frühling im Glauben schenken und der Satan regiert jetzt und will sein Reich aufbauen, aber er müsste es wissen, er tut es durch diese Morde, er tut es durch diese Blutschulde und er will immer die Menschen umbringen, entweder durch äußeren Krieg oder durch inneren Krieg, durch die Abtreibungen, er geht immer so vor und dadurch bauen wir sein Reich auf. Das machen wir selbst. durch unsere Sünden und er hat Anrecht aufgrund unserer Sünde. Deswegen greift er uns an, immer greift er uns an, wenn wir dahin gehen und die Sünden klar zu Wort kommen lassen, dass die Menschen umkommen, also, dass die Menschen die Sünden erkennen und in die Beichte bringen, dann greift er an. Weil dann verliert er die Macht. Er hat nur Macht wegen dieser Sünde. Das ist sein Kapital und die will er bei Menschen behalten. Versteht ihr? Die will er behalten bei Menschen und dann hat er die Macht zu Menschen hin und kann ihn fesseln, kann ihn quälen, kann ihn gefangen halten, in der Knechtschaft halten, so dass wir das sehen, dass sie alles aufbieten, dass das Christentum nicht wie ein Sauerteig in diese Welt hineinkommt, weil das ist das Gefährlichste. Die Kirche und die Verkündigung wird aus den Mainstream-Medien verbannt. Das ja nicht. Das ist das Gefährlichste. Da könnte ja einer umkehren. Dann haben wir sie nicht mehr. Es wird so human verpackt. Ja, es ist halt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also die Kirche, die ist ausgefragt. Eigentlich haben wir sie schon in der Tasche, aber hat nichts in der Tasche. Er wisst es. Aus der Vision des heiligen Don Bosco. Sie wird sie gehen und aus der ganzen, aus der ganzen wunderbaren Heiligen Schrift wissen wir, der Satan wird sie nicht besiegen, aber dieser Kampf tobt. Und zwar gewaltig. Aber hier ist ein wunderbarer Gegenpol. Wir müssen darüber reden. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir darüber reden müssen. Nicht, um die Menschen herabzudrücken. Jetzt ist alles schwarz, jetzt gehen wir alle unter im Gegenteil. Wir wissen, dass alles steht. Alles in der Heiligen Schrift steht. Alles in der Apokalypse. Der ganze Kampf, der tobt des Reiches Gottes gegen das Reich der Finsternis. Diese Feindschaft, die gesetzt ist von Anfang an, wo Maria der Gegenpol ist, gegen alles, mit ihrem Jesus. Wo das Reich Gottes siegen wird und das Reich des Satans vernichtet wird, zerstört wird, sogar alle bösen Geister, alle Dämonen hinabgefesselt werden für eine lange Zeit, so steht es in der Apokalypse. Da stehen wir, glaube ich, nicht so weit weg davon. Zeitlich gesehen, glaube ich. So bin ich überzeugt davon. Jetzt bäumt er sich auf und will alles unter seine Herrschaft bringen. Er will alles unter die Unterjochung bringen, damit er herrschen kann über jedes Land, über jedes Volk, sogar noch über die Kirche. Weil er eben sein Reich aufbauen will, aber wird verlieren, weil der Herr sein Reich aufbaut. Und das wird kommen und es wird sehr erblühen in einem neuen Frühling. Aber das Entscheidende, meine Lieben, dass wir helfen, das muss hinaus, dass wir Menschen, wir Gläubigen helfen, dass wir alle Sünden zu Jesus bringen und er sie vernichtet am Kreuz durch die Sakramente der Taufe, der Eucharistie, der heiligen Beichte, wo er die größten Wunder wirkt, nach Faustina, weil da wird alles vernichtet. Das ganze Reich des Satans wird in der Beichte vernichtet, indem die ganzen Sünden wo er wirken kann, wo er sein Kapital hat davon und wo er sich auf dem Ruhenkissen aller Sünden ausruht und agiert und die ganzen Menschen unterjochen und versklaven will und immer mehr unter seine Fuchtel bringen will, unter seine Herrschaft bringen will. Diese Sünde wird vernichtet in der heiligen Beichte. Und dann hat er kein Anrecht mehr. Wisst ihr, das habe ich schon erlebt, der Seelsorge. Um euch Mut zu machen, versteht ihr? Ich muss manchmal so ganz deutlich reden, dass ihr es versteht und die Zusammenhänge, was jetzt in der Zeit abgeht und wie der Böse agiert. Er agiert so, versteht ihr? Ich sehe das überall. wenn man tief in der heiligen Schrift ist, sieht man das, wie er agiert. Nur, ich weiß und ich habe immer eine größere Freude darüber, er, aber Gott agiert noch mehr. aber jetzt zeigt sich das Böse immer mehr. Sie lehnen sich ganz schön weit aus dem Fenster raus. Aber dann gibt es auch von Gott eins auf die Mütze, das sage ich dir. Und das macht alleine Gott. Er wird verlieren. Er wird hinabgefesselt mitsamt dem Anhang. Und er wird ein Friedensreich auch geschenkt werden, wie es heißt, wo der Wille Gottes, so sagt Don Bosco, überlegt euch mal, er sagt, bis in 150 Jahren wird die Welt, die größten Missionare gesehen haben, die ganze Kirche wird erneuert. Und alle Völker, Sprachen, Rassen, Nationen wird in die eine Kirche Gottes eintreten. Und alle Visionen von Don Bosco sind eingetroffen. Und das wäre bis 2032. Da hat die ganze Welt die größten Missionare schon gesehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Satan wird bald hinabgefesselt. Der ist verrückt. Der will alles mitreißen. Er kämpft. Seht ihr es nicht? Aber auch Gott kämpft. Weil er ist größer. Und wir wissen, Maria wird der Schlange den Kopf zertreten. Deswegen ist es schön, dass der Heilige Vater auch die ganze Welt im unbefleckten Herzen wieder geweiht hat. Besonders die Ukraine und Russland. und dass wir uns immer persönlich dem unbefleckten Herzen auch weihen. Und er jetzt sogar noch nach Russland gehen will. Der Papst, habe ich jetzt gehört. Er will mit dem Putin reden. Wunderbar. Und er nimmt auch Maria mit. Da müssen wir beten. Versteht ihr? Es sind apokalyptische Zeiten im Moment da. Aber wir müssen auch mal sehen, wie der Böse agiert. Und da müssen wir mit Entschiedenheit gegen die Sünde kämpfen. Weil das, da spielen wir dem Bösen die Macht in die Hände. Er hat Macht wegen der Sünde. Und die Sünde muss vernichtet werden. Im vierten Hochgebet heißt es, bis die ganze Verderbnis der Sünde zerstört ist, vernichtet ist. Das kann nur alleine Gott. Versteht ihr? Das kann nur alleine Gott. Und diesen Plan setzt Gott ganz gezielt gegen diese Machenschaften des Bösen. Ich wundere mich immer wieder und ich sage es euch, ich muss kämpfen und sage, Herr, deine unendliche Barmherzigkeit ist größer. Wie all diese Sünde, die wir manchmal so tief auch in den Beichtstühlen hören. Du bist noch größer. Du bist noch größer. Du bist unendlich größer. Aber wir müssen diese Sünde zu Gott bringen. Das ist unsere einzige Chance. Und das wird auch geschehen, versteht ihr? Das wird geschehen sogar, so ist es angekündigt, das steht sogar in der Apokalypse drin, er wird die Völker schlagen mit dem Schwert seines Mundes. In seinem Wort werden alle Völker anscheinend in einem kleinen Gericht erkennen, wie sie vor Gott stehen. Es ist angekündigt. Sogar bei Matthäus, wenn ich jetzt ein bisschen apokalyptisch rede, das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen und die Völker der Erde werden wehklagen. Was? Wie wird denn das? Doch, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Alle Völker werden ihn sehen und alle Sprachen, Rassen, Nationen werden erkennen, dass der eine wahre Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Und das wird in kurzer Weise aufgerichtet in den Seelen und zwar in allen Sprachen, Rassen, Nationen. Das bekommt jeder Mensch als gratis kleines Gericht. Nicht so, wie es angekündigt ist mit der Warnung da, dem Buch der Wahrheit lest da ja nicht drin. Das ist eine Verführerin hoch drei, das ist ja eine PCR-Managerin, Mary Divine Mercy. Das ist schon entlarvt. Da stehen ja gewaltige Dinge drin. Weißt du, der Teufel arbeitet mit 95% Wahrheit. Aber die 5%, da biegt da alles um. Wir bleiben bei der Heiligen Schrift. Dort steht es auch sehr kurz. Gott ist immer sehr kurz, aber präzise. Lest da nicht drin. Es ist ja schon eine Lüge in sich, dieses Buch. Welches Buch darf sich alleine die Wahrheit nennen? Die Heilige Schrift. Merkt ihr, eine größere Perversion der Heiligen Schrift, der Wahrheit kann es wohl nicht geben. Und sie tun reihenweise reinfallen, die frömmsten Seelen, da steht es drin. Und da muss man sie abtrennen, wir müssen sie abtrennen davon. Belastet ohne Ende und dann werden sie noch wirklich im ganzen Geist verdreht und glauben noch, der Papst ist ein Antichrist oder der größte Antichrist oder was weiß ich nicht alles, was da drin steht. Ich habe es vor Jahren mal selbst von ganz gläubigen Leuten, versteht ihr, haben sie angerufen und dann sind wir durchgegangen und dann sind wir in die Heilige Schrift und dann habe ich schon fünf Fehler gefunden, theologische Fehler, nur in einer Botschaft. Aber sie fallen reihenweise drauf rein. Warum? Weil wir die Schrift nicht kennen. Da habe ich auch mal Bücher hinten mitgebracht von der Apokalypse und dort auch gut viele Bücher, die so schön sind, wo man mal wirklich täglich betrachten kann. Je betrachtet die Heilige Schrift, wir können nicht in die Gottesliebe hineinkommen. Deswegen das sind so tolle Betrachtungen, mache ich schon 30 Jahre selber, so innig und so gut, dass man ein bisschen ein Gespür bekommt für das Wort Gottes und es auslegt und sich daran erfreut, weil ein Kriterium muss sein und darf sein und sollte es sein, dass uns das Herz brennt, wenn der Sinn der Schrift erschlossen wird, in rechter Weise. Und da hat es bei mir gebrannt, bei vielen theologischen Büchern und bei den meisten, die ich habe, da schläfst du ein, da brennt nichts mehr, bei denen brennt es und die sind katholisch, versteht ihr? Nicht, dass ich jetzt das sage, versteht ihr, dass ich da was verdiene, ich verdiene nichts, im Gegenteil, es haben wir ja so viel einsetzen müssen, dass die wieder neu aufgelegt werden, weil es ist echt das Beste für das einfache Volk, damit sie das Wort Gottes überhaupt mal verstehen. Das ist systematisch ausgelegt, auch das Matthäus Evangelium, geht da hinein, ihr könnt die Geister nicht unterscheiden, wenn ihr das Wort Gottes nicht kennt. Prüft, ob die Geister aus Gott sind. Und dieses Prüfinstrument ist erstens das Wort, zweitens die authentische Auslegung, wie das Wort verstanden werden soll, das ist der Katechismus. Drittens, die Anordnungen der Kirche. Und dann noch die Marienfrömmigkeit und dann hast du im Grunde schon die Unterscheidung der Geister. Und du weißt, welche Privatoffenbarung im Geiste ist und welche nicht, weil viele, und ich sage euch, die meisten sind nicht von Gott. Und ich merke eine Fluktuation im Moment, gerade ein Tourismus Gehabe, alle möglichen Privatoffenbarungen heranzuziehen und fast halber verrückt zu werden. Versteht ihr, wie ich selbst mal erfahren habe, ich bin bei einem Menschen hineingekommen in das Haus und sie sagt, dann könnten sie kommen, das Haus irgendwie einzusegnen und der redet dann über die Privatoffenbarung und das und das und das kommt und das kommt und das kommt und das und dann habe ich gedacht, naja, ist ja gewaltig, ja was hast du da im Schrank, da war der halbe Schrank voll mit Privatoffenbarungen, aber voll gestopft, ohne Ende und und ich fragte nur eines, wo hast du die Heilige Schrift, oh, das war ein Problem, das war ein Volltreffer und dann überlegte er, wo hat er die Heilige Schrift, auf einmal hat er umgedreht, die Treppe hochgerannt, Brom, 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 die Treppe hoch und dann hat es gepoltert und dann habe ich alle Schranktüren gehört, wo er geöffnet hat und gesucht wie ein Wilder da oben, das war so ein Haus, wo man alles gehört hat, versteht ihr und dann ist er noch im Schober drin, ich zog die Heilige Schrift heraus und habe aufgeschlagen und jedes Blatt hat noch am anderen geklebt, wisst ihr, dann könnt ihr nie, wenn das so ist, die Strömung, was da draußen ist, unterscheiden, das können wir nicht, wir werden auch nicht geredet durch die Privatoffenbarung, ich habe nichts gegen sie, Thomas von der Queen, sagt, verachtet die Privatoffenbarungen nicht, weil in den Guten, die die Kirche bestätigt, können wir tiefer das verstehen, was in der Heiligen Schrift als Schatz liegt, wie jetzt zum Beispiel die Barmherzigkeit durch Faustina, wie die Herz-Jesu-Verehrung durch Margarita Maria Maria Anna Koch, diese tiefen Dinge, die in der Heiligen Schrift zugrunde liegen, die werden dann näher erklärt, damit wir sie wieder finden, für das sind die Privatoffenbarungen da, und dann sind sie richtig und wir dürfen sie nicht verachten, aber wir prüfen sie und prüfen können wir sie nur anhand des Wortes und dass die Kirche dann darüber urteilt, aber da ist ein Tourismus im Moment, dass es gerade zu spät ist, ja, und wenn ich dann frage, ja, was weißt du von der Heiligen Schrift, da kommt nicht so viel raus, versteht ihr? Ihr werdet nur gerettet, durch das Wort Gottes, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ich sage nur eins, geht in die Heilige Schrift, denn der Herr wird sagen, am Ende, entweder so oder so, kommt in den Hochzeitsaal, kommt ihr Gesegneten des Vaters, nehmt das Reich in Besitz, das er seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet hat. Zu den anderen sagt er, weg mit euch, ich kenne euch nicht. Anscheinend gibt es Menschen, die Christus da nicht kennen und er hat uns, indem er vom Vater gesprochen hat und sein Wort gegeben und wir können es kennenlernen und lebe so, dass du es kennst, lebe so, dass es in dir ist, deswegen haben wir die wunderbaren Bücher auch mitgebracht, dass man betrachten kann und du wirst nicht heilig von Exerzitien, glaub mir nicht. Manche sagen, ach Herr Pfarrer, jetzt brauche ich es wieder unbedingt, nach den Exerzitien, nach den letzten bin ich wieder abgerutscht und jetzt bin ich wieder ganz unten angekommen und liege wieder flach auf dem Boden und sagt, ja warum denn das, das muss doch nicht sein, du kannst doch ein Buch haben oder sonst irgendwas, wo du auf dem Level bleibst, weil das macht heilig, täglich ins Wort Gottes hineingehen, wenn es nur eine Viertel Stunde ist. Aber das tut den Menschen einfach oft einmal große Schwierigkeiten bereiten. Manchmal ist es auch so, dass die Menschen sagen, ja das Wort Gottes verstehe ich halt nicht richtig. Wisst ihr, wir haben alles da, wir haben diese Schätze, das haben viele gewusst. Das ist eine echte Gabe von diesem Richard Gutzwieler, dass er das Wort Gottes so schön erklärt hat, so einfach. Das habe ich auch gesagt, lieber Gott, ich bin einfacher Mensch, einfacher Mann und ich brauche es einfach. Weißt du, einfach, dass ich es verstehe. Und er hat es beantwortet. Er hat mir die Bücher vor die Nase gelegt. Mein Novizenmeister hat sie vergessen in der Kapelle. Die lagen mundgerecht davor und ich sagt, hoppla, was ist denn das? Und dann habe ich eine Auslegung gelesen. Das ist es. Wo gibt es diese Bücher? Überleg dir mal, manchmal geht Gott dann so weit, jetzt durfte ich sie alle wieder raus bringen und neu auflegen. Das ist eine einzigartige Gabe von dem, dass er das so einfach machen könnte. Ich wüsste fast niemand und ich weiß, ich kenne mich schon gut aus in der theologischen Welt. Das ist in der Tiefe einzusiedeln bei Benedikt, wenn er diese Auslegungen schreibt. Ein Papst Benedikt, so tief, aber so einfach, noch einfacher wie Benedikt. Wisst ihr, das ist das gute Futter, dann dürfen wir nicht das Futter zertreten und kaputt machen, sondern dieses Futter, dass der Mensch auf gute Weide geführt wird. Und dieses Futter, Mensch, du diese Weide, da schmause ich, du, das Wort Gottes hinein, bis zum Anschlag, aber volle Kanne. Und da tue ich mich voll mit diesem Wort Gottes jeden Tag meinen Seelen nähren, denn nicht vom Brot allein beim Frühstück, wir haben es ja gerne, oder, das Frühstück, ohne Frühstück geht nichts, und mal den Kaffee, sonst läuft die Maschine nicht. Manche haben es ja nicht mal, das Essen, wir sehen es ja, wie viele Projekte können wir unterstützen, wo sie nicht mal das Essen haben, ja, und dann ist es wichtig, die Seele zu nähren, dass das Reich Gottes kommt und wir von den Sünden wegkommen. Oh, was für eine Blutschuld, wir müssen dagegen kämpfen. deswegen sieht es so schlimm in der Kirche aus, wisst ihr, das kann ja gar nicht anders sein, deswegen ist alles kaputt gegangen und die Kirche frönt im Grunde dem Zeitgeist, widert sich an, schal gewordenes Salz, nicht mehr salzig, weil wir das Wort Gottes nicht mehr haben, weil das ist das Salz der Erde, das Wort Gottes. Was machen dann die Leute mit dieser Kirche, wenn sie sich anbietet dem Zeitgeist und überhaupt nichts mehr fast sagt über die Sünde? Es wird zertreten von den Leuten, kaputt gemacht, zertreten, weil das Salz den Geschmack verloren hat und es salzig bleibt es, wenn du beim authentischen Wort bleibst. Das Fleisch geworden ist in der Jungfrau Maria. Deswegen heißt hier, das habe ich schon ganz schön weit ausgeholt, Galater 4, 4, 7, als aber die Zeit erfüllt, war Sande Gott, seinen Sohn geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, also unter dem Gesetz der Zehn Gebote unterlastet eine Anklage auf uns, weil wir das Gebot Gottes gebrochen haben. Schaut mal, in die ganzen Jahrhunderten hinein, seit Christus, was ist da gelaufen? Nur einer kann uns freikaufen von dieser furchtbaren Blutschuld, die selbst ja auch vom Krieg auf uns Deutschen lastet. 60 Millionen, aber das ist ja nichts gegen das, was im Mutterschoß passiert. Das sind Kriege, die da abgehalten werden. Und das ist nur ein Bereich, das geht ja dann in allen Bereichen weiter. Ihr müsst euch mal vorstellen, es sind alleine 8 Millionen Frauen in Deutschland, die involviert sind durch die Abtreibung. Exkommuniziert, das heißt, sie haben sich selbst aus der Kirche ausgeschlossen. Da kommen nochmal 8 Millionen Männer dazu, die gehören immer dazu, sonst gibt es keine Kinder. Dann sind jene ausgeschlossen noch und exkommuniziert auch, exkommuniziert, das macht nicht die Kirche, sondern der Mensch selbst, aufgrund der Tat, die geraten haben, Freundinnen, Eltern, Omas, Opas, die sagen, lass es wegmachen. Die Männer, die abgehauen sind, versteht ihr? das Kind gemacht haben, aber dann sind sie davon? Man kann wirklich von ausgehen, dass wir über 20 Millionen exkommunizierte Leute haben, über, weitaus, in Deutschland nur alleine. Das richtet das an und es wird nicht mehr verkündet. Deswegen hat auch der Papst Franziskus jetzt das freigegeben, unter seiner Warte, dass wir Priester, wenn die Frauen kommen und sie brauchen eine ganz tiefe Seelsorge, sie sind so verwundet, weil es der Mord in ihnen geschehen ist. Der Mord ist im Menschen geschehen, versteht ihr? Was das anrichtet in der Frau, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie können sich oft selbst nicht vergeben und hassen sich und denken, das Kind ist so wütend auf mich und liebt mich nicht mehr. Sie quälen sich. Sie brauchen eine ganz gute Seelsorge, weil dieser Mord innen drin passiert ist. Es genauso, wenn durch die Pille, Spirale und so weiter ständig der Tod in der Frau passiert. Wisst ihr, was dann passiert? Die Seele ist tot, die Gefühle verschwinden alle. Das haben wir. Und da gibt es von Gott eine Gegenpol, damit er die freikauft, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen, wie der Söhne und Töchter Gottes werden. Und das will der Vater. Das ist der Ausweg. Und den müssen wir betonen. Aber dermaßen. Wir müssen auch mal die Sünder ansprechen. Er sagt, Nein, das tun wir nicht. Wir müssen darüber reden. Ohne die Menschen jetzt, dass sie sich verflüchtigen und abhauen. Er sagt, lass mich in Ruhe, ich will nicht, der zornige Gott oder sonst irgendwas, der bestraft uns ja nur, was haben wir gemacht und so weiter. Nein, kommt, kommt, der Herr wartet, er ist sehnsüchtig, danach, dich wieder weiß zu machen und wäre deine Sünde nur groß wie Schalach, ich werde sie weiß machen wie Schnee. Weil ihr aber Söhne seid, sandet Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, ruft, Abba, Vater. Seht ihr, das will Gott, Abba, Vater. Das heißt eigentlich übersetzt lieber Papa, der du bist im Himmel. Sein kose Name, Abba, Vater, mein Vater, lieber Papa, der du bist im Himmel. Man muss sich das mal vorstellen, der unzugängliche Gott, von dem du den Namen nicht aussprechen durftest, Yahweh, ich bin der ich bin, durften sie nicht aussprechen, sie haben für diesen Namen im Alten Testament verwendet, Adonai, Sebaot, Elohim. Und Jahweh durften sie nicht aussprechen, nur am Junkipur-Tag, der hohe Priester, der ins Heiligtum gegangen ist, durfte dann zehnmal den Namen aussprechen, Yahweh. Das ist der Ich bin der Ich bin und jetzt dürfen wir Abba Vater sagen, ein Verhältnis mit dem Vater eingehen und er lehrt uns, lieber Papa, der du bist im Himmel, mein Papa. Obwohl aufgrund der großen Schuld, die in der ganzen Menschheit ist, haben wir nicht diese Botschaft allen zu verkünden, müssen wir und dürfen wir schweigen über das, was wir gehört haben. Seht ihr, das ist passiert. Also ihr seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Da sind wir nicht mehr Sklaven, sondern Sohn, Sohn und Tochter im Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Was für etwas Großes. Das hat er mit der ganzen Menschheit vor. Und je mehr dass sie sich in der Sünde verstrickt, je mehr hat er es vor, weil er es nicht mehr trägt und er wird uns rufen. Er wird in die Seelen hineinrufen. Das steht da, im Wort Gottes, Heiliger Geist, wird über alles Fleisch ausgegossen. Das fehlt noch irgendwo. Über alles Fleisch wird es ausgegossen. Ich freue mich schon darauf, wenn der Herr das tut und jedem Menschen zeigt, wer vor Gott steht. Das ist ein Ereignis, wo das Reich Gottes auf einmal aufgebaut wird, in den Seelen. Da ist auch prophezeit, dass wir Priester dann nicht mehr aus dem Beichtstuhl kommen. Da werden die Leute das Essen in den Beichtstuhl bringen, wie es mir in Medjugorje geschehen ist. Da haben sie den Pater Leonhard und mir die Pizza gebracht und weil wir so jämmerlich ausgesehen haben und schon acht Stunden hinter uns hatten. Jetzt müssen wir den Kerl mal ein bisschen was zu Essen bringen, weil sie fast vom Fleisch fallen und dann habe ich in die Pizza hineingebissen und der Mensch hat nebendran anfangen zu weinen und sagt, lieber Gott, jetzt kommt sogar die Gnade beim Pizza essen. Es funktioniert, versteht ihr? Gott ist immer dran. Er ist barmherzig und will diese Sünde wegschaffen. Je mehr das ihr auf uns lastet und da arbeiten wir bis wir umfallen. Bis zum Ende. Und nicht so, dass wir in der Kirche im Grunde noch sagen und mit Gehilfe sind, dass die Sünde salonfähig wird. Ihr dürft noch die Sünde sagen und machen. Und so dürft er kommen in die Kirche. der Herr sagt etwas ganz anderes im Wort Gottes. Wer zur heiligen Eucharistie geht, unwürdig, deswegen sind so viele krank. Wir werden nur gesund, wenn wir alle Sünden weg haben. Also dieser Engel, der kommt, dann sind wir Söhne Gottes, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig, der Offenbar Werbung der Söhne Gottes, der Söhne und Töchter. Immer wenn von Söhnen oder Sohn gesprochen wird, müsst euch immer mitdenken, Söhne und Töchter. Es ist die Sohnschaft. Wir sind im Sohn. Es ist keine Diskriminierung, sondern das ist echte Theologie. Sohn und Tochter im Sohn. Und er tut aller Ansicht ziehen. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist seufzt in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne und Töchter offenbar werden. Wir sind Söhne und Töchter. Das hat hier begonnen, dass dann in Maria der Sohn Platz genommen hat. In gleicher Weise, wie er vorher im Vater war, ist jetzt der Sohn in Maria und hat dort im Mutterschoß Platz genommen, um uns die Erlösung zu schenken. Und das ist wahrhaft der Heilsplan des Vaters innen drin. Aber nicht nur in ihr, sondern dass er jetzt kommt und dort in der Krippe liegt, sondern diese Krippe soll auch dein Herz werden. Er ist nicht gekommen im Tabernakel zu wohnen, hier, sondern dein Herz soll der Tabernakel sein, in dem Gott wohnt. Und dann ist er erst zufrieden. Er ist nicht zuerst und er hält es im Grunde nur aus in den Tabernakeln, weil er wartet, dass du kommst, dass du ein Tabernakel des Herrn wirst und ein Tempel des Heiligen Geistes, dass du ein Christusträger wirst. Gott in dir. Wisst ihr, was das für eine Botschaft ist? Diese vielen Sünden, aber doch hat er diesen wunderbaren Plan. Er gibt ihn nicht auf. Das haben wir der ganzen Menschheit anzukündigen und zu erzählen und die Botschaft hinaus zu bringen überall hin. Das hat er vor. Er will dich annehmen und dass Gott in dir Platz nimmt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken. am letzten Tag. Der, der mich liebt, zu dem wird mein Vater und ich kommen, wir werden bei ihm Wohnung nehmen. Meine Liebe, Wohnung nehmen. Ist das nicht großartig, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in uns ist? Ich habe mich oft gefragt, warum denn? Wisst ihr warum? Warum? hat er das vor? Weil er genau weiß, dass ihr einen großen Feind habt. Und jetzt kommt der Starke in euch hinein, damit er euch beschützen kann vor dem großen Feind. Denn der, der in uns ist, ein wichtiges Satz bei Paulus, der, der in uns ist, der stärker wie der, der in der Welt ist. Da braucht er nie Angst haben, wenn wirklich Christus im Menschen wohnt. Manche haben Angst vor dem Bösen, sie sehen überall das Böse. Dann haben sie so Angst, dass sie nie mehr daran denken, manchmal war es so, vielleicht in der Seelzeuge, dass ich den gesagt habe, die eine Heidenangst haben, sogar noch vor dem Bösen, versteht ihr? Überall haben sie das Böse gesehen und sagt, du schau mal in dir, in dich hinein, wer wohnt denn dort? Ach, habe ich vergessen. Es stimmt ja, da wohnt Jesus. Und dann sagte ich, glaubst du, dass der stärker ist, wie all das Böse außenrum? Ja, eigentlich schon. So, worum rufst du ihn dann nicht an? Warum sagst du nicht, beschütze mich vor dem Bösen? Du kannst überall durchgehen, durch belastete Dinge, durch belastete Räume, durch belastete Dinge, weil du hast den Herrn in dir. Und das ist das Allerwichtigste, dass er in dir Platz nimmt wohnt. Da kommt der Teufel nicht hin, weil dort Gott wohnt. Er kann dich äußerlich angreifen, er kann dich piesacken, er kann alles machen, aber innen hinein, in den Tempel, in den inneren Bereich der Seele, in dieses Heiligtum, dort wohnt der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er hat einen Weg gesucht, wo der Feind ist so stark, ich muss ihnen helfen, ich muss in ihre Schwachheit hineinkommen, damit ich sie beschützen kann und sie nicht fürchten, dass sie mich ständig anrufen, aber Vater, komm, hilf mir, der ja alles durchdringt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, aber das ist das Tiefste, ich habe mich oft gefragt, warum machst du das und kommst zum Geschöpf, das so schwach ist, so sündhaft ist, warum, weil dieser Feind umhergeht, wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann, leistet im Widerstand in der Kraft des Glaubens, denn unser Kampf gilt nicht Fleisch und Blut, sondern den Luftgeistern, den Dämonen, die umhergehen, die alle bedrängen. Und Gott, wie schützt du uns? Seht ihr, wie er uns schützt? Er kommt selbst in uns hinein. Wir müssen, je mehr, dass da außen die Winde und die Stürme toben, immer auf ihn schauen, der in dir ist. Herr, tu, mach du, wir sind eine Einheit, wir sind eine Liebesgemeinschaft und du beschützt mich. Du bringst mich überall durch. Du erlöst mich, du heiligst mich, du machst mich gesund, du machst mich schön. Wenn Jesus in dir ist, schau das Bild an, es gefällt mir so, wenn Jesus in dir ist, wenn der Vater in dir ist, deswegen, du kannst auch nur Verdienste sammeln, habe ich jetzt wieder auf der Wallfahrt nach Italien gemacht, wenn er innen drin ist, wenn du mit ihm eins bist, wer in mir ist, und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Denn der Vater wird dadurch verherrlicht, dass er reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr könnt keine Frucht bringen, wenn Christus nicht im Vollmaß mit dem Vater und dem Heiligen Geist in uns wohnt. Und wenn er wohnt, freut sich Gott so sehr, dass er in dir wohnt, du kannst deinen Mund aufmachen und deine Bitten werden erhört. Aber ihr müsst jetzt wissen, welche Bitten, dass alle gerettet werden. Nicht, dass ich einen Ferrari will oder einen Porsche oder sonst irgendwas oder ein Feriendomizil irgendwo oder meine eigenen Pläne und meine eigenen Ehresuche oder sonst irgendwas. Nein, was will Gott? Was ist sein Wille? Dass alle gerettet werden. Und wenn du das tust, auch für deine Enkel, für deine eigenen Kinder, dann wird es geschehen. Dann wird er auf die Mama und den Papa hören und er kann sie im letzten Moment noch vielleicht durch ein Gedanke, wo sie sich auf die richtige Seite rücken, aufgrund der großen Gebete von Mama und Papa kann er sie retten. Wie sehr, dass er auf uns Priester hört, wenn der Herr in uns ist, dann können wir alles erbeten. das machen wir auch, dann beten wir so. Versteht ihr, ich habe schon mal so bei der Schwester Margarita Wallapilla, aber ich bin nicht irgendwo mal so hingekommen, dann habe ich den Dienst auf dem Boden gehabt, versteht ihr, die sind da umgeflogen wie die Fliegen und dann bin ich auf dem Boden rumgerutscht, auf den Knien und habe den Dienst auf dem Boden gehabt. Die haben gezittert da unten und so weiter und dann bin ich dahin und dann haben sie die Augen zugemacht und dann habe ich gebeten, jetzt entspannst du dich mal, jetzt kommt die ganze Ruhe in dich. Die haben alle vier davon gestreckt, echt. Sofort. Ich habe dann gedacht, lieber Gott, wer bin ich, dass du auf mich hörst? Sofort. Manchmal hat als jemand gesagt, wer sind denn sie? Ach, nur einer, der Jesus liebt. Ach, Gott. Sie haben die Auge zugemacht, verstehst du? Gewaltig, was du da unten auf dem Boden, also wenn du den Dienst auf den Knien dann hast und da eine nach den anderen noch durchsegnest, wie die gezittert haben und jetzt hört das Zittern auf, sofort. Betet, um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Nur in dieser Dimension, wenn der Herr in dir Platz hat, aber wenn die Sünden weg sind. Merkt ihr jetzt, die ganzen Exerzitien sind nur so aufgebaut, Reinigung, alle Sünden weg und dann Erleuchtung durch das Wort Gottes und dann wieder Einigung, Einigung, dass er in dir ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich will mich jetzt nicht so rausstellen, versteht ihr, will ich nicht, ich bin auch nur ein armer Sünder, aber irgendwie bei den Ordensschwestern, bei den Klarissinnen war ich, da habe ich auch über den Kurs so referiert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebte mir. Nach dem Vortrag kam auf einmal eine Ordensfrau auf mich zu und sagt, in dir ist Jesus, in dir ist Jesus. Er sagt, ja, ich wäre schon froh, ich wäre schon froh. Aber manchmal spüren die anderen, ob der Herr in dir ist. Versteht ihr? Und das ist das Schöne, wenn der Herr in dir ist. Wenn der dreifaldige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der, der im Himmel thront. Du hast den Himmel schon in dir. Seht ihr? In Christus die ganze Kirche, alle, in Christus, alle hat er aufgenommen, den mystischen Leib. Und so sind wir im Vater. Und es beginnt jetzt schon, du bist schon im Vater, du bist schon, weil Christus da oben ist und du in Christus eingegliedert bist. wo? Zur Rechten des Vaters. Du gehörst schon in den Himmel. Du bist schon beim Vater. Das ist nochmal ausgedrückt hier, da ist sogar Paul VI. Seht ihn unten, Christus und in ihm alle drinnen. Komplett. Hier, die Braut, die er vor sich erscheinen lässt und Runzeln, Fehler und Schwächen, makellos soll sie sein und in dieser Braut kommen alle zu ihm. Deswegen sagen auch die Väter, in Maria hat er sich schon durch die Menschwerdung, indem er die menschliche Natur angenommen hat, sich mit der ganzen Menschheit vermählt und am Kreuz noch mehr aus seiner Seidenwunde lässt er diese Braut erscheinen und macht sie schön, wäscht sie ab von allen Sünden und schenkt er die Gnade, schöne Gewänder, Perlen außenrum bestickt mit den schönsten Diademen und allem Möglichen. So ist doch ein Mensch. Pater Leonhard hat gesagt, wir würden sterben, wenn wir die Schönheit der Seele sehen würden, wie Gott sie durch die Gnade macht. Und so macht er seine Braut schön. Wisst ihr, das Gegenteil, meine Lieben, hört genau zu. Geschieht in der Apokalypse mit der Hure von Babylon. Wo ist sie? Das Gegenbild. Sie sitzt auf dem Tier und das Tier ist Satan und die Frau, die wieder gebildet wird, also als Bild, wo die Männer und Frauen in dieser Frau gegenwärtig ist, die eine Hure ist und die sich vermählt mit dem Satan. Mit allem, was vom Tier kommt. Und sie trinkt den Unzuchtswein der Völker und schlürft alles hinein und sitzt auf dem Tier und vermählt sich mit Satan durch die Sünde. Das sind noch drastische Bilder versteht ihr die gezeigt werden das Gegenpol zum Lamm und dort ist es das Tier und hier die Frau die Kirche und Maria und dort ist es die Hure von Babylon die auf dem Tier sitzt und sich mit dem Tier vermählt eins wird mit Satan und hier ist die Eins Wertung des Menschen mit Gott deswegen geht auch der Drache jetzt mal Bilder zu benutzen aus der Apokalypse wem nach und wem tut er aus sich der ganze Dreck und der Schlamm wie ein Schlammflut hinter der Frau hinach hinten her schleudern damit sie voll beschmutzt wird was kommt aus dem Tier heraus Dreck Schmutz Vernichtung Zerstörung was kommt aus dem Lamm heraus das Leben wir können es gar nicht mehr deuten oder wisst ihr die Stellen aus der Apokalypse hier ist alles klar hier liegt alles offen wer redet darüber das vollzieht sich von unseren Augen er beschmutzt alle mit diesem Schlamm der Sünden und all jener Werke des Fleisches die Dreck und Lüge Vernichtung Zerstörung ist und Blutschuld ist Abscheuliches ist und was geschieht der Schlund öffnet sich der Erde und der ganze Dreck der Höllendreck der aus dem Satan kommt ist ja das hat er in sich und wir vermählen uns mit dem durch die Massenmedien wird der ganze Dreck in unsere Seelen hineingebracht durch die Filme durch die Pornografie durch die schlüpfrigen Filme und die Gewalt die Vernichtung und Zerstörung der Krieg denn in den ganzen Filmen in Amazon und im Netflix laufen und die Seelen werden zugeschüttet mit dem ganzen Dreck voll gefüllt bis zum Rand und dabei sollten sie schön gemacht werden wie der Herr seine Braut schön macht und dass Gott darin warnt schau du mal diese Braut mit der er sich vermählen will und da unten bist du drunter unter dem Schleier und du bist diese Braut mit dem sich der Herr vermählen will nicht ein Tier das Lamm das sein Herz Blut gibt sein Leben gibt damit du lebst und der Satan reißt dich in den Tod er vernichtet dich er zerstört dich er bringt dich auch in den zweiten Tod in den Feuertod der Hülle hinab ich erzähle jetzt nichts was nicht in der Schrift steht versteht ihr ich bin immer ganz eng am Wort Gottes und das ist drastisch was sich hier vollzieht und uns müssen die Augen geöffnet werden was da draußen geschieht und ich kann es nur einschätzen ich kann es nur in der Weise erkennen wenn ich im Wort Gottes bin weil diese beiden Pole gibt es was anderes gibt es nicht was anderes gibt es nicht seht ihr und der Herr wartet dass du dich als Braut und du bist eingeladen seit der Herr da war du bist eingeladen zur Hochzeit ich freue mich ich sage der wie in Flitzebogen sagt der Pader Burb wie in Flitzebogen freue ich mich beim Herrn zu sein und die Brautschaft jetzt schon zu leben versteht ihr die Brautschaft dass du die Brautschaft zu deinem Gott lebst zum Vater zum Sohn und zum Heiligen Geist du bist die Braut und du darfst dich mit ihm total vermählen er in dir und du in ihm vermählen und das will der Vater Vater lass sie eins sein wie du mit mir eins bist ich in ihnen und du in mir wie großartig lieber Gott wie schön ist das dass wir so Kinder sein dürfen wenn auch die Sünde sehr drückt aber jetzt ist schon wieder weg am Anfang war es kräftig da muss der Pfarrer immer was sagen aber die Harmonie der Auflösung was Gott vorhat macht mich immer wieder ruhig wie ein kleines Kind in den Armen Gottes in den Armen meiner Mutter oder in den Armen Mariens ich sag komm doch mein Kind hab doch keine Angst hab doch keine Angst es geht gut aus er ist der stärkere er hat gesagt mir ist alle Macht gegeben der Satan meint zwar ein bisschen Macht dazu haben und blustert sich auf und er sagt er ist nur wie ein brüllender Löwe aber kein Löwe wie ein brüllender Löwe brüllt er aber er ist eben kein Löwe und der einzige Löwe meine Lieben ist der Löwe von Judah und der ist in dir und sage auch mal du Löwe mein Löwe den ich über alles liebe steh mal auf und beiß den Kerl da draußen kaputt um mich herum dann jammern wir rum oh lieber Gott warum lässt du das alles zu und Jesus in dir sagt und ich bin ja da warum sagst du zu mir nichts ich bin ja arbeitslos in dir Gott hat doch Platz genommen in dir und der in dir ist die stärker wie der der in der Welt ist dann hätte der Pater Leon die Hälfte zu tun im Segensdienst glaube ich das wäre gar nicht so schlecht das wäre gar nicht so schlecht genau seht ihr das ist doch wunderbar dann kommt es wieder alles in die Harmonie und das will unsere Seele hier findet sie Ruhe in Gott ich freue mich ich freue mich auf den Moment alles arbeiten ist dann zu Ende und dann dieses Ausruhen kein Auge hat es gesehen kein Ohr hat es gehört in keines Menschen Herzen ist es getrunken was der Herr denen bereitet den lieben die für ihn gearbeitet haben für sein Reich und das machen wir weil er auch für uns gearbeitet hat und hat uns aus dieser Patsche herausgeholt aus dieser Knechtschaft des Satans aus der Knechtschaft dieser Welt aus der Knechtschaft des Todes hat er uns befreit und hat uns zu Söhnen und Töchtern freien denn wir sind befreit und wenn der Sohn befreit der ist frei eine Würde zurückgegeben die alles übersteigt die Sünde knechtet uns aber der Herr hat die Knechtschaft der Sünde zerbrochen und hat uns die Freiheit der Kinder Gottes geschenkt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen